Suche läuft? Jetzt kriegen wir noch zwei aus dem Offiziellen. Da spielen jetzt viele Fremde mit. Einer will. Achso, in die Einer. Die kommen die Fledder zum Sonderpreis. Jetzt kriegen wir einen Mitspieler aus dem Steam. Nee, offiziell, ne? Ja, öffentlich. Nein, nur für Freunde. Ja, dann wird's generiert. Aber dann könnte Stefan Töckchen theoretisch machen. Der übernimmt dann den Computer. Aber der kann nur Elise spielen. Elis. Elis. Entschuldigung. Aber ist ja ein Kerl, also von daher. Ja? Ich dachte, es sind zwei Frauen, zwei Typen. Oder? Nein. Ach nee. Die Quotenfrau. Elis ist der blonde Typ. Entschuldigung. Okay, der blonde Typ. Passt zu Stefan. Passt zu Stefan. Passt zu Stefan. Hä? Ne, er kennt die doch gar nicht. Ja, klar. Ich bin ja eher, ich glaube eher der andere. Coach. Coach passt zu Stefan. Ja. Ja. Bis auf, dass er eine alte Hautfarbe hat. Ja, aber so der Typus. Das liegt aber nur daran, weil er so viel Schokolade isst. Was, Stefan? Ne. Oh, Coach. Stefan steht mir auf Erdnüsse und sowas. Deswegen ist er weiß. Das ist jetzt ein bisschen rassistisch, glaube ich. Nein, das ist in der Logik. Ach so. Sehr ehrlich. Kennst du nicht aus dem Film, ähm... Ne, Mama, ich esse kein Schweißwurst. Ich esse kein Schweißwurst. Nein, da spielt Sophie Goldberg eine, ähm, Haushälterin. Beim Weißen. Und die zwei Kinder sitzen draußen. Ach so. Rassismus, ne? Um der Wiese. Ja. Genau. Und die lecken sich gegenseitig an. Und die kleine Dunkel sagt, du schmeckst ja gar nicht nach Mandel. Und darauf hinweg die Hellhäutige, die Dunkel, und sagt, du schmeckst auch nicht nach Schokolade. Völlig enttäuscht. Hm. Das ist dieser eine Film von Goldberg. Ja, ja, ja. In den 60ern ist die Haushälterin. Und die verlieben sich, glaube ich, sehr nacheinander. Mhm, 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 mhm. Meinst du einfach Farbe lila? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ist das die Farbe lila? Ich habe auch gerade gedacht, aber ich weiß nicht, ob es gut ist. Oder Schokolade. Da gibt es auch so einen Film. Heißt du Schokolade oder Schokolade, wie das Ding heißt? Und sowas, ja. Da spielt sie ja auch mit. Ja. Ich weiß es nicht. Ich... Es ist genauso wie Jack and Jack, wo er alle halt mit gespielt hat. Aber für mich persönlich eine der besten Rollen ist Star Trek. Nee. Sister Act. Und Sister Act. Sister Act 1. Das ist die beste von Wooby, weil ich kenne. Ja. 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 Aber als Barkeeperin in Star Trek ist die auch geil. Ja. Mann. Mann. Der braucht mal lange. Der ist immer. Kann ich mir mit drin? Hm? Alter, kann ich mir mit drin? Ich bin kein Star Trek-Kieker. Ja. Auch nicht mehr. Ghost ist aber auch nicht schlecht gemacht mit ihr. Hm? Ghost wird mit alle... Graust aus. Oh, Nachrichten. Dann sind wir jetzt nicht am besten. Wir sind der Verstecker mit diesem Sport werden. Der ist nicht schlecht gemacht. Oh, hör auf aber da. Der Gili, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, reicht auch, aber so oft die der Film läuft, ey. Ja. Wenn der Mal läuft, dann kommt man nicht mehr. Der liegt letztendlich. Der liegt letztendlich insgesamt 8 Mal. Du, wo du, luôn, Votersatzteile? Du, die finde ich nicht immer so viel Zeit, das ist ein ja. Du ich guck dich generell nicht. Ich guck dich generell nicht. mehr ja der bildschirm ja der wiegt sich auch nicht Infektion ahja ist aber eigentlich so Standardkarte ja aber ich weiß nicht ob da einer fehlt oder so oder ob wir jetzt befürchten, dass wir in die Welt geschmissen werden in the open world ja ein Mitspieler kann sein dass er noch gesucht wird, aber mit Freunden bedeutet das eigentlich nein, ich rede von den Infektierten du kannst ja auch Infektierte spielen daran sieht man, dass du in der Gelände nie angefuckt hast wir spielen ja bisher auch immer nur Standardkampagne wir haben es jetzt auch gerade mal gespielt ja aber wenn die Kampagne nicht durch haben, kriegen wir die anderen Maps nicht oder zumindest hab ich es noch nicht raus also hier bewegt sich bei mir gar nichts doch, nur meckern jetzt auch fast voll und rausgeschmissen ja jawoll, abgestürzt das war's zum Realismus Mode ne, ich glaube du musst den Server ändern geh mal vom Servertyp runter jetzt hast du dein Tino du bist auch immer da äh 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 kommt nüt siehst du jetzt ändern sich die kleinen Fehler beim Typus der Spiels und jetzt haben wir auch ein Bild er stand unten drinne dass der nur in bestimmten Modus funktioniert nein ah jetzt ist mein Charakter weg scheiße stink stink Moment ich komm gleich wieder und kläb und zurück wir können ja auch mal Mutationen ausprobieren jetzt müssen wir aber auch ausprobieren das funktioniert nicht wenn du einen neuen aktivierst ich hoffe du guckst ich bin du guackst wie du guckst du guackst du guackst ja ich bin Und dann geht's. Ach, das geht nur alleine. Nie, ja. Loveglass, ja. Ja, da kann ich euch aber nicht einladen. Ja, okay. Ja, okay, okay. Ja, okay. Das ist doch. Ja, okay. um das ist es nicht in der ständigen exe das selte von dir wurde gesagt dass es für die märkte unterladen habe ich ihn ist den grünen die sich natürlich nicht mit natürlich aus der ist wie gesagt von welt wie direkt die Häkchen machen doch für die Titel wird es ja ja damit ich auch ein Charakter ich hab jetzt ein ähnliches ich finde das sieht so ein bisschen lokal so dass der Hose sozusagen nicht an alle anderen weiterhebt während des Spiels tja aber gut so kann jeder seine eigene Oberfläche und seinen eigenen Charakter Modul fahren ja aber dadurch siehst du nie wie ich auch hier tja ich muss das Streamen dann kann nichts mehr anrufen nee ich sehe mich ja selber auch kommen ich sehe ja nur die Hände ja ich sieht ich meine äh stimmt für mich ist ja da benutzen wir den Bild weg wenn ich will nehmen sehe ich eh nicht eben aber gut was sollt obwohl man könnte doch auch noch die Kamera rauszoomen als Second Person ja 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 ich weiß auch nicht wie also kann ich da nicht so mitspielen ja kommt ein bisschen Tom Brady da nächstes Mal gucken ob ich mein Schwert gleich finde wenn ich mir gleich bestimmt auch auf Spendly Fire funktioniert so da bist du dabei nicht ganz nein ich hab mir rausgeschmissen warum der fährt denn jetzt einfach rausgeschmissen ähm ja ich hab ne ich hab ne doch das einzige was anderes ist als beim letzten Mal aber wenn du offiziellen Server nimmst dann kommen auch andere Leute rein ah ne das ist die Berechtigung ja ist ja gut man direkt ab ja bist du immer bist du diskutiert mit mir darüber den stell du doch ein hab ich schon ja letztes Mal einmal ne witzend den hab ich eingestellt oh war der flach ja 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 nee 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 das tut uns ja leid dass du als Geschäftin Harvat dich mit Angestellten umschlagen musst auf deinem Wochenende wieso Angestellten? Angestellte? wir sind alle nur Angestellte Du bist Sklave noch. Ich bin Sklave noch. Ja, ja. Okay. Unterbezahlte Sklaven. Überstunden. Ja, die kriegst du halt, ja. Bö. Das sind die innerbezüglichen Überstunden, die gegen Monat einfordern. Da hab ich wie am Vortrag. Ja, und Wochenende auch noch. Es ist... Ne, noch nicht. Doch. Ab 0 Uhr. Ab 0 Uhr. Ab 0 Uhr ist der Feiertag. Samstag ist ein normaler Werktag geworden. Hm, leider. Ah, ne, zum Glück. Na? Halt, okay? Die Diskussion hatten wir gestern erst. Hm. Aber ich kann echt nur froh sein. Weil... Bis auf ein paar Schnitzer, es Linz jetzt eigentlich entführt und verlässlich. Aber die für die Schnitzer kann man manchmal nicht... Das ist halt U-Bahn, S-Bahn... Ich meine halt, wenn man eine Stunde aus... ... aus... ... aus... ... Randbellin kommt... Du kannst nicht auf ihn wesentlich mehr verlassen, einfach fern. Ja, okay. Darum wollen wir ja reden. Und den rufst du Montag an. Ne, Dienstag. Ne. Sag, ich stehe gerne der Fall. Ah, okay. Kommt dies noch mit? Dies noch mit? Heute Montag muss... Dienstag kommt Nati wieder. Äh... Doch. Ich muss am Montag mit... Na gut. Mit meiner... Buchhalter natürlich. Nichts Wochen sind eine kurze Woche, stimmt ja. Ja. Ne, sind auch so lange wie jeder andere. Ja. Ja, du willst das lieber schon hier? Ne, Krille, ich hab... Krille, ich hab die Woche Nacht. Entschuldigung. Ah. Nach hinten... Ne, nach hinten, die lehnten, dann rufst du einen Tropfen in den Salz. Ich geh Donnerstagabend... ... nachts arbeiten. Hm. So ist Freitag. Kohle scheffeln, schon klar. Sechstunden, sechseinhalb Stunden... ... Feiertagszuschlag. Und in drei Wochen das selbe Spiel. Selbe Spiel. Alter. Der... Der Mapofor in den offiziellen Server dauert ewig. Warte, bleiben wir zum Ausdruck? Nein, da haben wir aber lokaler Server gehabt. Ja, nee, nicht wo wir. Wo wir zu drittgespielt haben. Ja. Zu drittgespielt haben wir den zweiten Teil noch nicht gespielt. Nein. Zu dritt... Nein, den zu dritt haben wir den ersten gespielt. Oh. Oh. Okay. Zweiten Schüttler. Zweiten Schüttler. Ja, Lokalflucht, ich weiß nicht. Was? 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 Was hast du ihm gesagt, Stefan? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, Discord bricht ja regelmäßig hier zusammen. Ich vermute mal das Netzwerkverbindung. Ja. Ja. Soll ich ein bisschen drosseln? Drosseln. Ist ja schon gedrosselt. Ach, keine Download. Netzwerkauslastung liegt bei... 871 Kb. Nein, ich meine bei Discord. Ich kann die Bitrate bei Discord noch ein bisschen runterbringen. Man sieht doch nicht. Jetzt dauert es aber echt lange. Ja. Das ist ein raucherfreundliches Spiel. Hm. 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 Ich musste vorher den kleinen Sohn abarbeiten. Hm. Und irgendwann, wenn wir dann so die Tastatur klicken, da ist Grille, damit der Stirn rufgefallen, weil da eigentlich knickt ist. Den müsste ich aber sehr tief halt, sehr tief knicken. Oh, oh. Na, oh. Und tschüss. Tschüss. Was haut denn da noch hin? Die Sonne? Warte mal. Ah... Irgendwann fand ich sowas. Könnte... ...an den Addons legen zu gehen. Ich weiß jetzt schon... Meinst du? Ähm... Ich muss mal kicken, dann stehe ich bestimmt da. Ach, Silent Hill könnte sein. Ich weiß jetzt, erzeugt den App. Ist der doof? Der könnte jetzt nie zusammenspielen. Doch, auf dem anderen. Versuchen wir es nochmal. Ich hab jetzt nur noch die drin, die letztens auch mal funktioniert haben. Na toll, jetzt habt ihr mich dazu gezwungen. Wohl zu uns. Jetzt kommt sowieso erstmal der ewige Ladebitte. Nein, der geht ein bisschen schneller. Wenn ihr beide okay drückt, dann zieht ihr mich ins Späten. Noch ein paar Sekunden. Oh, 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 oh. Bei mir hängt er. Ne, am Anfang immer noch. Ich bin gleich durch. Ja, ich bin auch noch am Anfang. ich habe hier in hand ausgemacht und freundlich weiß ich nicht er ist ausgebildet er hat er er wird überlegen durch dieses Prozent am oben und in der Stürze ich muss nicht mal dann schenkt es zu sein wahrscheinlich ja er hat mich an die Städte der Klinik das k k das darf echt nicht die Mitspieler nicht wenn wir das alles drin haben, ist das vielleicht ein Gefühl Ja, das können wir mal austesten, wenn wir alleine sind Ihr seid toll, Lena Lesen fand ich Ja, ich bin nicht flogen Ich werde mal die abschalten ja ich bin nicht flogen von rein des des die 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 den Oh, warum hat so eine Kamera gewechselt? Bei dir war es schon feil. Ich habe es aber nicht angegelesen. Ich habe eigentlich schon meinen Charakter. Bei mir war es schon feil bei dir. Deswegen habe ich gedrückt. Entschuldigung. Na ja, ich habe es hoffentlich noch geschafft. Jetzt geht es ja gerade. ist das halt was du? Ja. So wie ein ganzes Mix für den Crew. Boah, es führt laut. Wusste das an, César? Alter. Warte mal. Schneller einstellen. Option. Audio. Die U-Bahn geht direkt zum Mercy-Krassenhaus. Vielleicht besser von der Straße runter zu kommen. Boah, Alter. Aua, wer schreit mich so an? Die Summe komplett runtergedreht fast. Ich hoffe das jetzt nicht zu leise. Ähm, wo ist meine... Nachsumme? Ganz kurz. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich hab die Summe, genau die Hauptlaut da komplett runtergedreht. 25 Prozent. Oder so. Aber Luis ist da noch mit denen. Na, bleib doch mal locker, ey. Nee, ist ja gut. Bei Luis. Der Computer, Luis, äh, das ist ja Luis. Oder? Okay. Nee, das ist Grille. Nee, ne. Grille ist der andere. Luis ist Computer. Das ist aber Grille, der an der Tür stand. Ah. Ja. Erzähl mir doch nicht, du stand eben hinter ihm. Na, 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 na. Ach so. Ich wollte ja mal was ausprobieren. Grille. Guck mich schon an. Lass mal stehen. Oh. Anscheinend funktioniert es doch. Es zieht mir keine Energie ab. Ja, 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 ja. Scheiße. Scheiße, ich bin die alle. Ich geh mal nach oben. Ich geh mal nach oben. Ich geh mal nach oben. Schön, das war alles verballert, ey. So, Kacke. Ey, war aber mal, das war mir wertvoll. Du bist vielleicht blöd. Ja. Was? Ah, Luis hängt zu mir an der Leine. Ah, mal, Luis. Was soll denn jetzt nach der Leuten los? So. Oh, nee. Ja. Ja, der macht auch mal. Oh, ey. Cuz wieder? Auch na. Ey, ist das mal zurück. Hast du? Ja, der ist... Der ist schon tot der Idiot? Warte Marcia, da kommt noch, Luis, komm, mach, so, jetzt, Maginefresser, äh, wir suchen, ich brauche, ich brauche mich, ich brauche, du möchtest, unsch mirror, aus der можно, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich die hier ist die Bitch da ist die Bitch komm her und wie weg damit ja ist ja gut wo ist er? oh der ist schon wieder der hat schon wieder ja 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 ich schwör sie ja komm jetzt mit ich brauche Hilfe achso mach's was auf ich will jetzt endlich wissen bitte ja mach mal Taschenlampe aus mach mal Taschenlampe aus kurz was 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 ist das denn? 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 Wahrscheinlich unten. Ah mein Katana! Hier ist er! Geil! Warte! Geil! 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 Ah, ich hab nur noch die Krankenschmerzen. Das gibt's doch nicht. Steh auf und zurück an die Arbeit! Ich hab doch die... Wenn du halt Maul noch sagst! Ja, ich hab's nicht gesehen. Kannst du nicht so. Ganz schön, wie es kommt. Komplett ne größere Menge an. Verlöschung! Warte! Ich veranste nicht! Schnaufe! Ja, ja, ich überlocker. Warte, wir gehen! Laden auf! Wenn das so weitergeht. Schaff ich's nicht. Ja, Luis, tut mir leid. Ich hab mein Hellpack gerade an meinen Kumpel abnehmen. So. Braucht man das? Ja, hab ich. Dafür hab ich die Molly abschneiden müssen. Hier, warte, links. Hier im Bad. Ah, gut. Steh still, ich helfe dir. Super toll. Wo lang? Hm, Katana? Das Katana ist gut. Oh. Warte mal. Oder machst du wo? Mach wo bitte. Na so. Hätte ich ja gemacht, aber... Tod. Mach ihn alle. Der Bahnhof ist gleich da vorn. Achtung, warte. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Hier liegt eine Waffe! Lade nach! Lade nach! Pass auf! Pass auf! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Oh nein! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Aber vielleicht sollten wir in den Schutzraum gehen, aber eigentlich... Ja. 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 Dann wollen wir nachladen. Lade nach! Lade nach! Achtung! Scheiße! Hilfe! 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 Ah! Hilfe! 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 Enum! Woah! Schon jetzt nicht zu lust! Woah! Wooh! Achtung, Molly! impeachment! ok sekunde bis ja da ist eine shotgun ja doch ich bin auch schon der letzte macht die Tür zu was sagst du leck mich mal schnell rein in den Schutzraum sehr schön mann 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 das ist doch leicht oder und Krille, was sagst du auf dieser Kettenwege? ja für böse Uhren auf, das ist das Problem Empfehlung wenn du Tatana hast oder in der Nähe hast, nimm dir das nach das ist eine super Nahkampfer ja und selbst bei den großen brauchst du dann drei, vier Schläge und den linken guck mal hast du dir das installiert? ja, guck hier schön wie geil aus, ne? die Schrott ist, ne? ey, da mal ich noch Krille hast du jetzt für mich auch ja, du hast, das ist doch klar du hast ja die Mod genauso wie ich jetzt gerade die Mod aufmach, deswegen sehe ich alle Schrotfilten ich will aber eigentlich naja 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 guck mal mal ganz kurz, ich muss noch mal meine Lautstärke was los mach das mach das leck mich danke okay ich muss noch meine Lautstärke was los komm, lass Hose runter du hast gesagt, leck mich ne man, ich brauch immer ich muss noch den Pfeiler zu sliderisch nee 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 ich sag dir eins irgendwann installiert TTT äh, TTT entstand Hallo Tag na Luis, da hängst du auch fest Naja wie rein finde ich ein bisschen weg ach ach ja doch bring auf wo sind wir? hier ist das Kultanakrilo wau 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 ja spiel ja 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 Geil, die Mucke, jawoll, komm her, nein, 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 nicht, nicht, ich bin weg, ich bin nicht, Alter, ich bin kaputt, meiiin, oh, ist doch nicht wieder, ja, 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 Ah, fallait, ja, ja, name, nee, container, weißen, ja, ne, Labor, man, weiß, schon, ja, mach, komischem Jeon, danke, ne, krömmere Schön. Ja ja Süd. Erschatz, du hast noch einen. Ja ja. Das ist Helik. Moika. Hier ist Munition noch irgendwo gewesen. Ich bin ihm beim Munitionsstisch gesprungen. Aber er war auf der anderen Seite. Scheiße. Ja, ist okay. Ähm, Nasser, wie ist das? Aua. 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 Wo die Gung. Ja ja. Ich hab echt nicht mehr an Außen. Keine Wunigung. Achtung. Aua. 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 Iiiiih, jetzt hab ich's dabei auf der Mattscheibe. Kaputchen. Würfelhusten. Waren wir hier nicht? Ja, wir müssen auch durch den U-Bahn-Tunnel. Ja Chef, wir kommen ja schon. Ja. 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 Ich vergebe jetzt immer, dass man hier kein Schiff drücken kann zum Rennen. Ne. Ja. Da kann man sowieso die ganze Zeit rennen. Oh ja. Nein. Ah, Munition. Ah, Munition. Spitter. Spitter! Spitter! Sieht euch deren hora Maschin! Damang aus! Charger! Charger! Lade nach! Woop. 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 Ah, wie war denn eigentlich nochmal ein Nahkampf? Ha, das sieht gefährlich aus. Mittlere? Ne. Ah, rechte. Ist das ein Bandmuster? Hm. Hier sind Waffen! Woop. Ja, hier ne Magnum. Achso. Achso. A aqui aei! H操� not enough. Im aufzineinander. Ch intraven. Hier, Munition! Munition! Hier ist irgend ohne Wunsch. Ich nehme nicht aus, sonst sind die Ordnung. Paket mit Sprengladung. Ah, warte mal. Nein! Wartet mal! Vorsicht! So. Waffen! Waffen! Oh, den Branden-Munitionen und Munitionen, aber sommerweise nur noch. Halt schon, ey. War nichts für sonst. Warte, nicht da raus. Warte, nicht da raus. Zieh mich aus! Ich weiße. Mali! Mali! Lade nach! Ah, ist sie im Gehessen. Oh, hallo Tag. Danke. Ja, aber nur für euch. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Halt still! Verarzte dich! Ich war lieber. Danke. Oh, bitte. Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ja, da hab ich doch. Da hab ich doch. Branden-Munitionen. Ja, los, mach dich. Halt still! So, wer drückt den Klop? Ich versuche immer nach der Witch zu finden. Die ist hier irgendwo. In der Nähe vom Klopf. Wahrscheinlich hinter der Tür. Oh ja! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Danke, du hast was gut. Ich glaub, ich hab's erwischt. Ja, ich... Hier irgendwo ist er. Augen auf! Ich höre den Hunter! Schöne, meine Musik wird anzuspielen. Ja, die ist irgendwo in der Nähe. Die sitzt... Nee, ist immer wieder weg. Wo ist denn die? Hier! Ah... Ja... Oh! Hey! Cool! Die Muck ist nur leider so groß. Scheiße! Dass du echt weh! Kein Muck! Ja... Ähm... Ja... Das muss sich... Die Raum kommt... Oh! Wenn das Fenster nicht rum... Ja... 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 Das ist nämlich... Super! Freund Luis! Ja doch... Meine Fresse. Mann! Wer brüllen kann, der kann nicht so verletzt sein. Solange sie schießt, nehme ich sie. Davon sind wir sicher! Wir müssen weiter die Straße runter. Ich überlebe das nächste. Die haben verbreitet! Verdammt! Nein! 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 Ja, ist ja gut. Für mich ist auch nicht besetzt. Gut für die Weile. Ohne Scheiße, ich sehe das. Ich brauche dringend eine Warte. Hier ist eine Waffe! Scheiße, ich überliebe das nicht. Hier ist schon wie eine Bitch erwischt. Ah, da ist er, da ist er. Hier ist er, hier ist er. Hier ist er. Hier ist er, hier ist er. Hier ist er, hier ist er. Uh, is't he's? Mist. Scheiße. Ja, Francis, wie können wir dich... Hierzu! Ich glaube gar nicht. Nee. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wiederkomme. Nee. Jetzt geht's quasi ohne dich. Stefan, lebst du eigentlich noch? Ich bin voll Ort 4. Ja. Ah. Ich glaube, das ist ein Mikro leise, also ausgemacht. Mikro-Muting. Ja. Ich brauche wirklich einen Arzt. Wie gesagt, das haben wir schon. 25 Minuten. 25 Minuten noch. Versorg dich, Luis. Nein, keine Frage. Ja, aktuell 2.5 MB. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt schießt du hier rum. Schießt hier. Weil den anderen, weil ich runtergeladen habe, äh, 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 kopiert habe, weil der Nug-Modus gibt, äh, scheint nicht zu existieren. Hm. Hey Traitor. Pass auf, wo du hinziehst. Ja. Lade nach. Ja, lade nach. Teil 8. Ja. Ich finde, der Nug-M� auch raus. Ja, das wird hier auch gemacht. Ja, das wird hier auch gemacht. Ja, das wird hier auch gemacht. Wieso ist der Nug-Modus, der Nug-Modus? Hier ist schon der Computer auf. Ja, den müssen wir zwischendurch noch anmachen. Das funktioniert nicht. Ja, ey. Der schießt auf dich und hat einfach die Tür aufgemacht. Jetzt hör. Verdammt, hör auf! Hör auf! Welcher Seite stehst du eigentlich? Welcher Seite stehst du eigentlich? Welcher Seite stehst du eigentlich? Meiner eigenen. So, jetzt Traitor. Jetzt hab ich hier. Nein, nein, Traitor. Du wirst den Sack. Hey, Traitor! Pass auf! Oh! Zoe! Das war ein Kopfschuss. Jaja, schon will ich. Waffen! Muss hier irgendwer sein? Digga. Nicht mal richtig töten kann er. Jaja. Jaja. Lade nach! Ach, das trifft mit dem Dach. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Eigentlich sollten wir ins Krankenhaus kommen. Ja. Ich hab eigentlich nur Krankenhaus eingestellt. Jaja. 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 ... ... Das war's. Oh, verdammt, man. Oh, miss. Oh, okay. Der Stubborn ist vor mir. Ja, ja, okay. Oh, und dann haben wir einen Kotz. Kampfjubfl, Kampfjubfl, Kampfjubfl. Ja, ja. Nee. Hilfe. Hilfe! 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 Ja, es liegt bei dir. Ja, es ist wieder. Ah, Vorsicht! Was war's? Louis ist der Einzelste, der hier steht? Ja. Noch 19, 13, 10, 7, 4, 5, 4, 4, 11, 11, 12, 12, 13, 15 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Schon seit ner halben Stunde tot in dem Bild? Oh nein! Hast du's jetzt auch gesehen? Auf Wiedersehen! Grille, heil dich! Na da, ich steh da nun schon in dir! Hallo! Hallo, Dina! Was ist wieder dabei? Hey! Sehr schön! Oh cool! Meine Seele in irgendeiner Ecke gefunden. So, ganz geworfen zu der Tür. Also, kommt ihr mal befreit? So, okay, danke. Ich war mal so frei. Hier gibt's Waffen! Gesellscha! Aua! Hey, guck mal, ganz viele gebrauchte Klemmbretter. Die brauch ich. Ich nehm den hier. Oh! Scheiß Jockey! Ups! Waffen! Sack! Mach! Mach! Mal! Mal! und bleibt da vor mir stehen und warte wie du sie standen mach es mal kurz fertig also dann kannst du wiederhends benutzen das Problem ist nicht zu lange EFK-Macher dann übernimmt der Punkt da drin ja das haben wir sechs ich nehm' der Ruhrboppe Licht aus ja Chef so den Licht ausmache sehste aber nicht so schön die Räten schon drin genug da ist er 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 Nein, diese geriffelte Linie, das ist eure Deadline. Irgendwas finden. So ein scheiß... ...Medik. Ja, einer muss mal stehen bleiben. Oh nö. Ich liebe es mir jetzt Zeit. Okay. Boah, die Mistvieh Gelegt gebrochen Ja, das ist ja gut Ich komme schon irgendwann wieder Na Oh nein, Böse Ja toll, bei mir sagst du nicht Typisch Ach du Scheiße Hast du eine Rohrbombe? Jetzt lohnt sie sich Ja, aber ich muss ja jetzt mal wegkommen Wieso, wenn du Rohrbomben schmeißt, fahren sie Automatik ab Oh, oh Ja, ja, ich komme schon Oh, super Hallo, Jungs Oh, weh Achtung, jetzt Hör auf damit Ach Ach Den hab ich gerade gesprengt Luis gesprengt? Oh Luis, ach, Luis Mensch Tut mir aber Hier ist ne Waffe Na, wo ist er? Da, da kommt der nächste Punkt Oh, ein Heilpack Ja, 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 ja Komm, wir ja schon Ja, doch, Chef Ist ich die meinst? K 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 nö und besser als Bronfurt sein müssen ooooh mann was meint ihr? Können wir? nein noch nicht hat jeder einen Verbandskasten? ja dann heil dich und nimm den letzten da ooooh 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 dafür darf Master auch vorgehen hehehehe ich hab da so ne Pumpe die Nase ich lade nach lade nach lade nach Master schon wieder abgehauen jetzt gibt es Strom könnt ihr mich anders? ja ich hätte so viel lang zu gehen nach oben ne? ja oder ich mal schmacht hier lade nach wird groß ist der so sucht euch mal einen kurzen Punkt Sekunde wartet mal so jetzt hier geht's Molli hier unten im Schra- äh Regal hier ist ne Waffe na na da war jemand schneller könnte nützlich sein mhm 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 SP oder so? Also haben sie doch Probleme Scheiße Tschuldigung Aua Wirklich Ja, aber eingeschweißt Aber große Auswirkungen Lade nach! Lade nach! Mann! Aber Trotzdem ist hier irgendwo ein Ballross unterwegs Da ist er Ja und Gut direkt zum Schade 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 Wir sind jetzt zu Ende Ja Ja Die Soundmods sind nicht schlecht Sehr ganz witzig Waffen Gesellschaft Waffen Gesellschaft Waffen Gesellschaft Waffen Waffen Gesellschaft Zu spät gesehen. Komm mal her. Wieso war das nicht? Kloppen erstmal ein paar noch. Ich wollte nicht eigentlich heilen, jetzt vergessen wir uns zu stellen. Danke. Ich vergesse immer, dass ich umstellen muss. Deswegen kriegt ihr immer erstmal alle vor mir einen zu flieg fressen und ich freue mich, weil ich heile. Oh, wie du fickst. Hey, hey, hey. Okay, okay. Danke, das wollte ich mir gerade nehmen. Wo bist du denn? Na, hinter dir. Ja, bleib stehen. Ich mach doch gar nichts. Du schiebst dich beiseite. Entschuldigung. Halt still, ich verarzte dich. Halt still, ich verarzte dich. Warte. Danke. Bitte. Warte. 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 Oh mein Gott. Wie geht die Mumy aus. Ja, hier hinten ist ein Militon. Kommen mit. Warte. Was tust du denn? Oder? Ich bin an der Tür hängen gesehen. Wir sind Waffen. Komm nochmal da. Ah. Ah, super. Hm? Oh, was hat das? Hier liegen Waffen rum. Bist du überhaupt noch am Runterladen, Stefan? Können wir dann? Munition! Äh, der zeigt da gerade 14 Sekunden an. 12. 8. 1. 2. 2. 2. 1. 3. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Ich bin die Fahrschule, Leute. Oh, Misty. Oh, Misty. Nein. Danke. Danke. Lade nach! Wie ist die Volk der Haltung? Ja, die Vorstellung. Ich kann nicht kassen, wie schnell die sind. Total ungerecht. Das ist völlig unbeschützend. So schnell dürfen die überhaupt nicht sein. Was ist das? Aber... So was zu sagen. Munitionsverschwender, Munitionsverschwender. Achso, dafür geht ja die Jäger gut. Hey! Okay. Gut. Warte mal ganz kurz. Ich habe Stefan gerade eine Einladung zum Stehen geschickt. Ja, das wird sich ja dann gleich zeigen, ob Luis übernommen wird. Na, Luis? Kommst mit? Eigentlich war ich dann eigentlich gar nicht fertig eingeladen. Hä? Nein, ich beige, weil die ist schon beigetreten. Achso. Ja, macht ja nichts. Das ist nichts. Nimm! 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 ��� die die Begrüßung erstmal alles weg mir keine Party Stefan eigentlich dürfte du das nicht kosten wenn sie sich treffen ach so stimmt danke feiern auch sehen mal Stefan hol an und er wird jetzt hier voll mit dem Spiel der Kreuz gut wie gar nicht, aber... Ja, mach... Du kannst ins Milieu gehen. Wir passen auf dich auf. Kannst du deine Musik und zuerst mal leiser machen. Oh! Wo bist du denn? Ach du Scheiße! Das auf mich zugerannt hat mich auf das Hausigsteil. Was ist mitgeflogen? Jo. Hm. Mal gucken, wir müssen es ja in irgendeinem Raum hängen. Der konnte mich zum Weg nicht leiden. Tja, woran es wohl liegt? Ich weh's jetzt nicht. Hm. Wohin? Wohin? Wohlang? Ich guck gerade. Der war doch hier irgendwo außen lang, oder? Ah, da lang. Nein! 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 Lass mich in Ruhe haben! Ah, das sieht schlimmer aus als es ist. Friere auf und lauf weiter! Das wird schon! Das war knapp. Dann brauchst du aber trotzdem irgendwas. Ab in den Schutzraum! Ja, Schutzraum! Nein! Ja, ich hab mich schon wieder ausgesperrt. Ja, ja! Wo ist es jetzt mal bitte heilen lassen? Entschuldigung! Nein! Nee, ich mein dich nicht. Nicht dich! Gut, das Spiel! Hm, 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 hm. Also, dass man zu steigen kann, ist zwar cool, aber mit dem Level zu nicht doof. Ich fühl mich furchtbar. Ja. Vor allen Dingen, weil wir jetzt am Endgänger sind. Ich fühl mich furchtbar. Ich fühl mich furchtbar. Schau mal erst mal. Verarzte dich, Zoe! Ja doch! Ich bin doch schon bei! Ah, jetzt hast du ja doch keine Heilung. Lade nach! War nur vier Packs. Ah, ja. Wird was voll. Ah, ja. Schon besser. Schon besser. Hm, 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 hm. Okay. Hier liegt noch Molly. Ich hab ne Rohrbombe. Ich auch. Ich finde ich mit am besten. Na, Entschuldigung. Säpferbombe, ich gloves gehabt. Stefan, ziehen wir die eigentlich Energie ab? Keine Ahnung. Sieht sich etwa aus wie Sie! Warte mal. Ja, die Chance. Nein. Laut meiner Anzeige nicht. Sehr gut. Ja, das war ja etwas, was wir nicht wussten. Aber ich glaube, wenn der Host Friendly Fire aktiviert, dann rechts für alle. Ja, das steht ja da nicht. Ja. Weil sonst wär... Hier kann man auch durchgehen. Nein! Laden ab! Da hab ich groß abgefogen. Nein! 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 Gleich geschafft! Ja, ja. Da ist der Landeplatz! Oh, jetzt geht's los. Ja, das geht nur los! Das ist doch der Landeplatz. Ich weiß nicht, dass wir hier noch einen Zunggerät aktivieren. Das ist doch ein Zunggerät aktiviert. Oh, das ist doch... Ja, das ist doch ein Zunggerät aktiviert. Dann sagt er mir, ich muss warten, bis ihr alle hier seid. So, jetzt müssen wir uns erstmal verteidigen, wie Sau. Oh, ich geh nach oben, irgendwo ist die Minigun. Ich will meine Minigun, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie. Äh, hier liegen noch. Hier, Stefan, hier hoch. Bomben, ähm. Ich hab, äh, ich hab noch. Ich hab auch noch. Mann, wo ist denn die scheiß Minigun? Bei dir Master, oder? Hm, hm. Nee, da hinten. Oh, da. Und sind die gestürzt. Hier liegen auch Heilpacks, vier Stück. Dann gehen wir weiter. Zack. Du hast was gut. Ich weiß. Wir hätten den Rücken frei. Äh, Krille braucht Heilung. Ja, hier oben. Bei mir. Ja, hier liegt ja was. Jede Menge. Munition. Komm, nimm das Verbandesteugszeug. Ich bin voll. Munition. Stefan, wo bist du? Da hinten auf dem Dach. Könnte nützlich sein. Äh, diese Dinger, hier, diese Tanks, kannst du runterschmeißen. Und dann hochschießen und explodieren sie. Oder Benzin, natürlich Feuerwand. Hm, ja, sieht gut aus. Hier sind Waffen. Kommt die eigentlich automatisch, oder? Müssen wir irgendwas auslösen. Da haut er ab, der Sack. Riesenbumme hier oben. Hä? Ja, ne, gar nicht, 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 gar nicht. Und dann endlich Schuss. Aber kommt der Kinder. Ah, jetzt. Ja, okay. Los geht's. Ich hab nur nur 80 Grad Wünste, also mit der mir, das ist scheiße. Du weißt doch, wer hinter dir steht. Ja. Ja. Kommt schon. Alter, ist der Flinke. Was hat der immer mit mir? Die Summe, die Sau. Oh, jetzt muss ich abkühlen. Auf wessen Seite stößt du eigentlich? Nicht genug. Jackie! Oh. Nein, 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 nein! Nein! Oh, bisch. Was haben wir? Aua! Au, zu heiß, zu heiß, zu heiß! Au, au, au! Oh, schön! Wo kommt das? Ich weiß es nicht! Tja, kommt er! Ah, fuck! Ich bin runtergefallen! Oh, hat der mich weggeballert! Oh, vielen Zettelungen kam denn hier! Munition! Ah! Nein! Was jetzt? Nein! Futter! Alter! Wo bleibt der scheiß Luftschrauber? Ja, vor der Sonne! Die Lunte brennt! Wo ist meine Waffe? Ich bin nicht so für mich direkt! Lane nah! Lane nah! Lane nah! ja das wird sagen Stefan verursacht bei mir Schaden. Für Frampli Fire ist genau andersrum. Wer wird aktiviert hat, verursacht kein Frampli-Schaden. Aber Stefan hat auch irgendwelche Schaden gekostet. Mann. Ja, ich schwere Husten. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ja, ist er gut. Er ist schon dabei. Oh, ist er nicht. Wo ist er denn? Ja, ich schwere Husten. Das ist die 2. Wo ist das? Feuer! Das ist ich nicht. Das ist das Wachst. Das ist die quirren. Wir müssen ja eh noch aufräumen. Ja, wir können eh noch nicht los. Verzüglich. Stopp jetzt. Stopp jetzt. Nein! 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 Genau wo der Heli da war! Alter! Nochmal! Genau mit der blöden Heilstufe! Super! Verarzt dich, Mädel! Na, sag mal! Ja, Mädel, verarzt dich! Ich verarzt dich! Was? Ja, wir können vorstellen! Ich hoffe, wir finden den Piloten! Wenn nicht, sterben wir jetzt nicht mit Blick über die Stadt! Mal gucken, ob es mit UC besser läuft! Aua! Ja! Jeder hat den nackten Arsch! Keine Nacht! Nein! Hinten in der Ecke! Hinten in der Ecke! Hm? Falsche Ecke! Falsche Ecke! Falsche Ecke! So! Falsche Ecke! Falsche Ecke! Folgendes! Ah! ja was war das ich konnte mich nicht bewegen ach so der ist noch da wir müssen nur zum Heli hin ich weiß nicht, ich suche noch ja doch ich weiß nicht warum, aber ich trau mich hier nicht verunter wenn ich jetzt verunterfühle bin ich weg ne hä ich musste den Punkt ansuchen hinter dir dazu muss Griller aber reinkommen dazu muss aber eben nachher kommen können Sie mal, oder? eigentlich immer nicht das Ding weg von George verteid so hey Francis, jetzt machst du dich erst mal ja ist ja gut, wären wir schon mal bei dir so was fass ich jetzt durcheinander? eigentlich müsste der Heli hier an der Ecke sein hier 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 nachher per nachher dem wir werden ja den Punkt wieder auslösen da haben wir ja das called das Mini dieser haben möglichst den sch and CV da ich Cohage Wir haben Gäste! Probiert mal von hier aus. So kommt gleich eine Lefamilie. Jockey! Lack! Ah! Lade nach! Danke! Ja, bist du. Ich muss mir mal eine andere Wache besorgen, die ist ja zum Kotzen. Lade nach! Oh, erschreck mich doch nicht so. Ach, dann findet er ja. Ah, f***. Die sind noch zwei Rechteck. Lade nach! Ja, die sind noch zwei Rechteck. Genau, die sind noch zwei Rechteck. Plan ab! Eine weitere Rechteck! Lade nach! Ja, das ist klar. Dann kommt man großartig. Enten kam der. Ich muss die Waffe. Das ist ja nicht. Ja. und tschüss und tschüss und tschüss ja ja dann lande doch mal hm was was weiß was du warst fast hin ich hab immer erlaubt dich zu heilen ja ich dachte mir nicht auf mich sehen nicht bei wenn die 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 ja macht jetzt jetzt oder wie das ist eine Rohrbombe da warte warte kein Ding dafür sind wir ein Team wo ist denn das wieder scheiße danke da ist er wieder nein nein ah das ist eine verkakte Schroßblende hier oben sind doch eine andere da ist eine Charge rüber 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 Achtung Take ich halte die corrosion rüber 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 Wenn der hinter dir Ja Im zweiten Anlauf Aber kann es sein, dass es schwerer ist, wenn vier Leute mitspielen? Ja, aber die Munition und die Waffen und alles Nee, nee, von den Gegnern her Na, vier sind wir ja schon im Mai gewesen Achso, nee Ja, ob du Kopfkampfeier hast oder ein Realplayer Das kostet mich an Das ist so wichtig für die Unterschiede So, jetzt kriegst du mal einen schönen Abspann Jaaaa Okay, okay, okay Wir haben mal zwei Minuten Spannung No mercy So Schöne Aufnahme, schönes Play Oh, 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 oh Eine Rohrbombe hat die mich vermissen Mmh Null 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 Ja, ist ja auch kein Ding Hahaha Aber ein Boomer gekillt Smoker 3 Smoker 3 Charger, Charger Ja, die Jockey ist eh, die dann auch doof Hm, 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 hm Ja, hm, 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 hm Ja und hier auf Add-ons Oder gibt's hier auch? Ja klar, über Add-ons Ja, dann erklär du das doch, ich weiß dich doch nicht Na, aus der Lobby raus Und dann bei Add-ons Ich muss gerade mal gegen ruhig jetzt hier Lobbyversammlung sind Hm... Warte mal Stefan, mach mal ruhig, muss mal kurz... wohin? Ich bin um die keine Muster, aber dein Headset... Ne, jetzt geht der Tatsachen mit Headset Pissen Mal gut, nie anders Ah, Schatz, du hast gerade deine Kostüme eingekurkelt! Ja doch, ich hab's ja gesehen Die Box hat er auch schon wieder sonst wohin gestellt Hm... Volle Controller-Unterstützung Ja... Ähm, bist du jetzt in den Mods drinnen? Was? In den Add-ons? Äh, ich bin ja gerade im Workshop drinnen Gut... und da suchst du mal bitte... äh... wie hieß das Ding? Ich glaube... Friendly Fire Ja... Aber ich bin hier gerade im Allgemein-Workshop drinnen, weil ich das so richtig so sehe... Ja... Ist ja richtig... Warte mal, ich geh nochmal raus, dann kann ich dir das besser erklären... Weil ich seh's gerade nicht... Ähm, genau... Ähm... Ich be... Ich be... Forgot me not... Do not fall... Forgot or... Friendly nicht... Not... Friendly... ...unterm Fire Vielen Dank.